Hallo Freunde, hier ist Christian Schemaier, Parteiproduktionscoach, Diplompsychologe und vieles mehr. Dieses Mal Videoblog und heute haben wir glaube ich ein Video, ich glaube das wird krass geguckt werden und zwar 18 Kernpunkte, um dich von negativen Datingerfahrungen zu lösen. Es gibt jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Videos auch einen Code für meine Kurse, SPRING22 mit 22 Prozent auf meine Kurse, wenn du das Video später guckst. Ja, melde ich auf jeden Fall mal für meinen Newsletter an und mach auch die Kurse unbedingt und auf liebeschip.de. Ja, steigen wir doch gleich mal ein. Punkt eins, hör auf der oder den, die Retter zu spielen. Also wenn du immer wieder denkst, du musst Menschen daten, die du erst mal retten musst, die du erst mal zurecht leben musst, dann verfolgst du wahrscheinlich ein Muster aus deiner Kindheit. Das ist wie, sag ich immer wieder, als wenn du einen Blumenstrauß kaufen willst, kaufst du aber stattdessen Blumensamen, das machst du ja auch nicht. Häufig so ein Muster, dass man schon Mami oder Papi retten wollte und man datet immer wieder Leute, die nicht fertig sind, die zurecht geliebt werden wollen und es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Menschen ändern sich nicht dadurch, dass du sie mit Liebe überschüttest. Ganz im Gegenteil, das Universum funktioniert eher so, dass man dann auch zurückgestoßen wird. Und ja, also Menschen mit klaren Grenzen und auch manchmal gewissen Kühle oder die auch Respekt einfordern, werden in der Regel viel mehr geliebt. Das ist eine bittere Erkenntnis, aber es ist so. Punkt zwei, glaub nicht an so einen Seelenpartnerquatsch. Also ich weiß, in toxischen Beziehungen entstehen teilweise krasse Emotionen. Also keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche, sage ich ja mal gern. Bist du so sicher, dass es der oder die richtig ist? Hast du ein Gefühl von, wir sind Seelenpartner, aber es ist meistens dann doch leider eine Wundenanziehung. Letztlich weiß ich, also was jetzt hinter den Kulissen passiert, ob welcher Ebene wir vielleicht Seelenpartner trotzdem sind mit irgendjemand, weiß ich nicht. Aber eins kann ich sagen, für diese psychologische Ebene ist es enorm zerstörerisch, an diesen Seelenpartnerkram zu glauben, weil du bleibst unter Umständen hängen in irgendwelchen, weiß ich nicht, Orten, wo dir immer wieder erzählt wird, du musst warten und du musst nur positive Gedanken haben und ihr seid füreinander bestimmt. Und das führt auch so tief in Liebessucht und Verzweiflung und vertust einfach Zeit, wo du jemanden finden könntest, der besser zu dir passt. Dritter Punkt, Worte zählen scheiß. Also das sage ich fast in jedem Video, hör nicht auf Worte. Worte haben überhaupt keine Bedeutung. Es ist hart, es sind harte Erkenntnisse hier, aber du kannst jemanden nur danach beurteilen, was er tut. Und wenn er gute Sachen tut und liebevolle Sachen tut und obendrein nette Worte benutzt, wunderbar, dann kannst du natürlich genießen. Aber wenn sich jemand scheiße verhält und sagt, du bist ganz toll, ich liebe dich doch, da kannst du nichts von kaufen. Es ist Teil manchmal einer oft unbewussten manipulativen Strategie, mit der du, ja, da gehalten werden sollst, um Sex und Aufmerksamkeit zu geben meistens. Aber der andere wird sich nicht wirklich committen oder wirklich was einbringen. Und Worte ist das Einfachste. Du musst nur eine scheiß WhatsApp schreiben. Ja, ich vermisse dich, du bist toll. Und schon kommt man wieder zurück. Hör auf damit. Viertens, Üben und Informationen ist super wichtig. Dafür ist mein komplettes Kurssystem da. Es ist wirklich designt, dass du neue Dating-Erfahrungen machst. Und diese Informationen sind wirklich wichtig. Also hör auch nicht nur die Videos, mach die fucking Kurse und üb das auch ein. Also einpunkt sich auch immer wieder, dass Leute vielleicht das Material haben, aber sie wenden es nicht rigoros an und man muss es üben. Also ich habe das auch nicht von jetzt auf gleich gelernt, sondern ich muss es auch immer wieder, neue Dating-Erfahrungen, okay, wieder feintunen, wieder feintunen. Meistens heißt es auch noch strenger werden, noch strenger werden, noch strenger werden, weil diese Neigung dazu, immer wieder die gleichen Leute zu daten, die ist einfach so groß und das erfordert wirklich auch teilweise, ja, nicht viel, aber kann doch durchaus mehrere Jahre dauern, sich da komplett rauszuarbeiten. Und ja, Übung macht den Meister, ne? Bleib dran und zieh es einfach rigoros durch. Fünftens, fühl dich nicht schlecht, wenn du eiskalt deine Standards und Dealbreaker durchziehst. Also was ich auch immer wieder fast jedem Videos sage, sei kühler, sei nicht so emotional, du kennst diesen Menschen nicht, den du datest, ne? Und manchmal kennst du nicht mal Leute, mit denen du lange zusammen bist, kommen Sachen raus, die du nie gedacht hättest und deswegen, ich gehe jetzt mal nicht so ein auf Standards und Dealbreaker, das ist in meinem Signature-Kurs, Unprogrammierungsliebeschip ist das alles drin. Also du schaffst dein eigenes Koordinatensystem, mit dem du Leute beurteilst und das interessiert dich nicht mehr, warum die so handeln, was sie für Probleme haben oder warum die so sind, interessiert dich nicht mehr. Vor allen Dingen im frühen Dating-Prozess, jemand baut Scheiße, macht nicht das, was er sagt, ist raus, er ist raus, er ist fucking raus und da musst du wirklich kälter werden, so, ne? Sechstens, nur weil jemand Kindheitsprobleme hat oder irgendwelche inneren Kind-Issues, ist es kein Grund, dich schlecht zu behandeln, ne? Also das wird ja auch mal wieder gesagt, ja, ich kann nicht anders, ich muss dich betrügen, weil mein Vater hat schon seine Mutter betrogen oder weil ich da so eine beschissene Kindheit. Nein, du kannst eine scheiß Kindheit haben und trotzdem ein guter Mensch sein und dich versuchen fair zu verhalten, was ein Irrsinn ist in dieser Welt, ich weiß nicht, jeder macht, was er will, äh, aber, ja, gut, das ist, wie es ist, äh, wir gehören alle dazu und, ähm, aber es ist, ja, es ist kein Grund, dich schlecht zu behandeln, auch nur weil dein Vater ein Bankräuber war, musst du nicht impulsiv eine Bank ausrauben, ne? Es muss das einfach nicht, du hast die Wahl, so, ne? Siebtens, verwechsel Intensität nicht mit echter Nähe, also was wir häufig verwechseln ist, dieses rauschhafte, diese rauschhafte Verliebtheit, die eben auch vor allen Dingen in toxischen Beziehungen am Anfang entsteht, ne, in den ersten drei Monaten, wie eine Droge und verwechsel nicht diesen, diesen Rausch von Eifersucht, Angst, Drama, äh, verwechsel das nicht mit Liebe, es hat mit Liebe nichts zu tun, ne? Also Liebe sind liebevolle Handlungen, dass jemand dir am Herzen ist, dass du jemand am Herzen bist, ne? Dass ihr versucht, das Beste für den anderen zu erreichen, das ist Liebe und nicht dieser, dieser Hormonrausch von sexueller Anziehung und dann wieder zurückgestoßen werden, dieser ganze Dopaminrausch, der entsteht, wenn du ab und zu mal was kriegst, also diese intermittierende Verstärkung, alles im Modul 1, äh, das mal kriegst du was, mal nicht, äh, und du bist da regelrecht abhängig dann davon, wenn du kurze, intensive, schöne Phasen hast in der Beziehung, dann bist du wieder frustriert und dann wieder kurze, intensive, schöne Phasen, das hat mit Liebe nichts zu tun, so, ne? Ähm, wenn du nur, achtens, wenn du nur Krümel bekommst, ist es nichts wert, außer halt Krümel, also du willst einen Kuchen und keine Krümel und in vielen Bindungsängstlichen kann ja auch mit dir zusammenhängen, ne? Muss ja nicht immer nur der Partner sein, also entstehen halt so Krümelbeziehungen, weil einer oder beide nicht richtig echte Nähe zulassen können, ne? Und dann wollen sie den anderen aber auch nicht loslassen und dann, ja, kriegt man keinen Kuchen mehr, sondern nur noch Krümel und es ist dann eben auch nur Krümel und es wird dann auch nicht irgendwann ein Kuchen werden, so, ne? Wenn das, ja, klar, wenn du jetzt zehn Jahre mit jemandem zusammen bist und nach zehn Jahren entstehen irgendwelche Probleme, natürlich kann das wieder gut werden, so. Aber wenn eine Beziehung so auskrümelt, vor allem zum frühen Zeitpunkt, wird es nichts. Neuntens, frag dich, ob du das jahrelang aushalten kannst, so, ne? Äh, und wenn nicht, dann triff entsprechende Entscheidungen, so, weil, ja, das ist das ganz ganz abhaken, so, ne? Wenn du mit jemandem nicht kompatibel bist und vielleicht On-Off-Beziehungen entstehen oder so, ähm, das wird sich nicht ändern, wenn du erst mal drei Offs hast, das wird nicht aufhören, das wird immer wieder passieren und frag dich, ob was jetzt ist, ob du das jahrelang aushalten kannst, so, ne? Äh, und wenn nicht, dann triff entsprechende Entscheidungen, so, weil hoffentlich so, also natürlich gibt's, wie gesagt, jedes Paar hat Probleme und man kann dran arbeiten und mal gibt's gute, mal gibt's schlechte Phasen, so, aber wenn du in absolutem Chaos bist, ne? Und es geht monatelang so weiter und hast du schon von Anfang an, das wird sich nicht ändern. Aber auch wenn sich jemand nicht entscheiden kann nach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Monaten, dann wird sich auch nach 15, 16, 18, 20 Monaten nicht entscheiden können, ne? Äh, zehntens, gibt dir Zeit in sicheren Beziehungen? Also typischerweise, wenn man so eine Historie hat von toxischen Beziehungen, findet man sichere Beziehungen erst mal langweilig und fucking boring und, ähm, ja, und das Gehen muss ich erst mal dran gewöhnen, das kann dauern, das kann Monate dauern, das kann, äh, unter Umständen Jahren dauern, so, bis du dich da komplett dran gewöhnt hast. Und deswegen ist auch so wichtig, sag ich immer, jemanden zu daten, wo man weiß, ja, ich find die Person eigentlich attraktiv, ich hab nur Schwierigkeiten außerhalb meines Beutelschemas zu daten und dann kann man das auch ganz gut durchgehen, so, durch diesen Prozess und du musst dir da echt Zeit geben, aber klar, wenn dir jemand von Anfang an körperlich nicht gefällt oder so, dann wird das auch nicht besser werden mit der Zeit, aber du musst dir wirklich, ähm, Zeit geben und gute Wahlen treffen, so, ne. Ähm, genau. So, was schon schwierig genug ist, überhaupt erst mal dazu zu kommen, man muss oft wirklich ganz viel unsichere, für dich nicht gute Menschen zurückweisen, bis das Universum du jemand anderes schickst, beziehungsweise du in der Lage bist, jemand anderes auszuwählen, wirklich, ne. Ja. Elftens, es gibt einen definierten Weg aus diesen Beziehungen, der ist in meinen Kursen niedergelegt, ne, also, man kann da was dran tun, aber es ist harte Arbeit, ne. Zwölftens, du ziehst nicht an, du willst aus, ich weiß, ich sag oft auch Anziehung, da ist auch was dran, aber man muss auch die eigene Verantwortung übernehmen, ne, du kannst nicht immer die gleichen beschissenen Erfahrungen machen und sagen, es hat nichts mit dir zu tun, so, ähm, ja, die anderen tun dir vielleicht was an, dafür kannst du nichts, aber du willst aus, du willst immer wieder die gleichen Partner aus, sehr wahrscheinlich und dafür muss man wirklich Verantwortung annehmen, glaube ich, ne. Nur dafür nicht für das, was andere dir antun, dafür natürlich nicht. Ähm, wenn du konstant mehr machst als dein Partner, ja, habt ihr wahrscheinlich so eine Plus-Minus-Geschichte, also, wie gesagt, leichte Abweichungen dürfen durchaus vorkommen, aber wenn das am Anfang an so ist, jedes Date musst du ausmachen, äh, du läufst dem einmal hinterher, wahrscheinlich auch ein altes Muster aus deiner Kindheit. 14, ganz wichtig, ist auch Thema in meinem Verlustangskurs, das Thema, Verlustangst ist ein Mythos, entsteht eigentlich nur in nicht kompatiblen, liebessüchtigen oder, oder ansatzweise liebessüchtigen Beziehungen entsteht Verlustangst. Also, du kannst eigentlich nur Verlustangst bekommen mit einem Partner, der mit dir nicht in einer sicheren Beziehung bist. Du kannst als Erwachsener nicht so verlassen werden wie als Kind, das geht einfach nicht. Deswegen bin ich auch immer so ein bisschen, ja, man guckt sich diese inneren Kindthemen an, aber man, ähm, du identifizierst dich nicht komplett mit deinem inneren Kind, so, ne? Du, also, ich würde immer sagen, sollst dich eher mit deinem inneren Erwachsenen, dein Oberhaupt identifizieren und nur, weil du dich trennst in einer Erwachsenenbeziehung, wirst du nicht so verlassen wie als Kind. Das wird einfach nicht passieren. Deswegen musst du eigentlich solche Angst haben. Du wirst überleben und, ähm, das Leben geht weiter, ne? Und deswegen, Verlustangst ist ein Mythos, ne? Fünftens, äh, gibt nur wirklich eine Chance und CEO, Dealwrecker, knallhart durch. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber im Grunde genommen sage ich immer, das macht, macht sowieso keiner, aber eigentlich solltest du jedem Menschen nur eine Chance geben, so, ne? Vor allen Dingen, also, wir reden jetzt auch über Dating und wenn der ist verkackt, dann ist er raus, ne? Also, dieses, was ich wirklich bei diesen ganzen Pluspol, wenn wir ja immer wieder sehen und ich kann das von mir früher auch immer noch eine Chance geben und weil man denkt, man müsste, ich bin ein guter Mensch, ich gebe aber noch die zehnte Chance und das heißt aber meistens, dass du dem anderen noch die zehnte Kugel in den Lauf gibst, um dich endlich zu treffen, ne? Ich weiß, das ist ein harter Vergleich und das muss jetzt auch überhaupt, das ist meistens kein bewusster Prozess auf beiden Seiten, nicht so? Aber du, der dir das hier anhörst, kannst dir das bewusst machen und, ja, kannst aufhören, diese vielen Chancen zu geben, ne? Das ist wahrscheinlich schon Mami und Papi, diese vielen Chancen gegeben, da konntest du aber nicht anders, heute kannst du sagen, ey, du bist raus, Universum, kannst du mir den nächsten schicken, fertig, ne? 16. Date mir offline und gibt hier Pausen, also, ich sehe auch viel Probleme mit Online-Dating, ja, mir schreiben wir immer wieder, ja, ich habe auch jemanden toxisches Offline kennengelernt, ja, natürlich, du kannst auch jemanden Nettes online kennenlernen. Mein Tipp wäre nur, die Energie mehr auf Offline zu verschieben, da kann einfach weniger schief gehen und wir sind einfach von unserer Natur her nicht trainiert auf Online-Dating, wir sind trainiert auf jemanden physisch gegenüber zu stehen, den abzuschecken von der Ausstrahlung, von der, vom Geruch, was weiß ich, da kann auch genug schief gehen, äh, auch sonst sind alle bindungsängstlichen, super Bindungsängste der Welt sind, sind online unterwegs, weil das denen einfach so entgegenkommt, ne? Auch Leute, die, weiß ich nicht, einfach nur eine Affäre nach der nächsten durchziehen und die das natürlich auch nicht sagen, und, oder die, weiß ich nicht, 50%, ich glaube 50% sind überhaupt nicht Single, die online daten. Dimm den Fokus auf Offline und gib dir auch Pausen, also natürlich, wenn du 10 Jahre Single bist, natürlich darfst du, dann solltest du dir auch einen Push geben, mal wieder was zu machen, dazu kommen wir später auch noch, aber wenn du einen Menschen nach dem anderen datest, gib dir eine Pause, ne? Auch nach vielen frustrierenden Datingerfahrungen, lösch die App mal für einen Monat, dann fängst du wieder an, äh, oder nach einer toxischen Beziehung, äh, mach mal 4, 5, 6 Monate Dating, Pause, auch Flirtpause, auch Sexpause, dass du mal wieder runterkommst, ne? Mach Dinge anders als sonst, ja, das, wie gesagt, wenn du immer datest, immer den Nächsten hast, mach eine Pause. Wenn du gar nicht mehr rausgehst zum Daten und bist unglücklich als Single, aber machst eigentlich gar nichts mehr, ja, meinetwegen geh dann auf eine App oder geh auf eine Ü20-Party-Spaß oder Ü60 oder Ü80 oder was auch immer, ähm, ja, also mach Dinge anders als sonst, ne? So, und letzter Punkt, 18, löse dich von deiner Sucht nach Chaos und Drama. Vielleicht sagst du jetzt ich, Sucht nach Chaos und Drama, sehe ich als den Hauptpunkt, dass man immer wieder in den falschen Beziehungen ist, dass man von Kindheit schon dran gewöhnt ist, auf, also es gab, oder vielleicht auch, vielleicht auch von der Genetik her, von der Gehirnchemie her, einfach immer wieder Chaos, Drama sucht und sichere Sachen eigentlich ablehnt und vermeidet, obwohl man sie eigentlich haben will, so, ne? Und da muss man sich ein Stück von lösen, sonst kann man keine neuen Dating-Erfahrung machen. In diesem Sinne, macht die fucking Kurse, ähm, guckt nicht über die Videos, nutzt den Code und wir sehen uns bald wieder, ihr Lieben. Ciao! bis zum nächsten Mal! oms Untertitelung des ZDF, 2020